repeater vs laser cannon also ich habe zur zeit lang mit den panther repeat gespielt und ja es muss jeder schuss treffen damit die dps stimmen ja ist gut ist leihwand aber für meinen teil ich finde die fl 33 chronik einfach besser man hat zwar langsamere schüsse aber wenn man trifft der damage ist gewaltig unfassbar gut bin ich voll dabei schaut es euch selber an in meinem test danach mit hrt bounties noch nicht die schüt schüt das ist die macht die macht der laser kanone gegenüber den repeater die 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 Das war's für heute.